Jetzt zeige ich euch, wie man Grammelknädeln macht. Grammeln oder auch in Deutschland werden sie Grieben genannt. Das ist ganz was Feines und wie man damit superknädeln macht, zeige ich euch jetzt. Für die Grammelknädeln brauchen wir natürlich einmal eine Fülle. Und die Fülle, wie der Naumann schon sagt, sind die Grammeln. Da habe ich einmal Grammeln dafür, die müssen wir in einen Schmalz und in Zwiebel dünsten. Da kommt dann dazu ein Knoblauch, ein Kümmel geriebener und ein Majoran. Das habe ich da schon zusammen in einem Schüssel und ein Pfeffer kommt rein und natürlich auch Salz. Aber vorher machen wir noch, weil das dauert am längsten, das Sauerkraut. Beim Sauerkraut, da habe ich ein ganz feines Sauerkraut. Ich habe schon einen Kümmel und Wacholderbeeren reingegeben. Ein Wasser natürlich, das lassen wir einmal kochen. Und dann am Ende geben wir Milch und eine Möhre auch noch dazu, dass er ein bisschen sämiger wird. Und für den Brandteig brauchen wir natürlich das Möhre, eine Butter, ein Ei brauchen wir und natürlich ein Wasser brauchen wir dafür. Ja, es ist nicht viel, es ist nicht schwer, es geht auch sehr schnell und schmeckt gut. So, als erstes machen wir einmal das Sauerkraut. Da bin ich hergegangen. Ich habe gleich, wie vorher erwähnt, den Kümmel und die Wacholderbeeren schon reingeben. Das leere ich da jetzt einfach rein. Und gebe das Wasser dazu. So, das lassen wir jetzt gute 45 Minuten, kann das jetzt dahin köcheln. Einmal lassen wir es aufkochen und dann drehe ich die Platte zurück und lasse das ganz leise dahin kochen. Gut, weiter geht es jetzt mit der Krammelfülle. Ich gehe her und tue die Krammeln ein bisschen zerkleinern. Das mache ich da in so einer Maschine. So schaut das gleich viel besser aus. Jetzt seht ihr, die Krammeln sind wesentlich feiner, kleiner. Und jetzt geht es weiter. Jetzt gehen wir wieder zum Ofen damit. Okay, jetzt geht es weiter. Wir machen hier jetzt die Fülle für unsere Knödeln. Dafür gehen wir her und nehmen das Schmalz. So, nachdem das Schmalz jetzt heiß ist, gebe ich die Zwiebeln rein. Und die werden wir jetzt ein bisschen glasig dünsten. Das dauert dann ein paar Minuten. Gut, die sind jetzt glasig. Jetzt gehen wir her und tue die Krammeln rein. Ich muss sagen, die haben ja auch schon ein Fett noch in sich. Die geben jetzt auch noch ein bisschen was ab. Das sieht man dann auch, wenn die jetzt auf einmal so richtig schön zum Grenzen anfangen. So, jetzt kommen die Gewürze. In dem Fall, ich habe jetzt mehr Salz, nämlich für den Teig. Und auch für das Sauerkraut eventuell später. Ich gehe her und gebe hier circa einen Teelöffel Salz rein. Dann kommt auch der Pfeffer rein. Dann kommt der Majoran mit dem Kümmel rein. Und das verrühren wir mal. Und dann geben wir noch ein Knoblauch dazu. Jetzt wird es wirklich, wenn der Majoran zum Wirken anfängt, zusammen mit diesen Krammeln. Das ist ein Wahnsinnsgeruch. Da hat man schon richtig Freude, dass man endlich zu den Knädeln kommt. So, jetzt geben wir noch ein Knoblauch dazu. Den verteile ich gleich so mit dem Kochlöffel. Und unsere Fülle wäre damit eigentlich schon fertig. Das lassen wir jetzt einfach auskühlen. In der Zeit machen wir jetzt den Brandteig. Für unseren Brandteig gehen wir her. Da habe ich das Wasser einmal aufgekocht. Dann gehe ich her und gebe die Butter rein. Und dann gebe ich da mindestens einen bis eineinhalb Teelöffel Salz noch dazu. Jetzt wird es interessant. Jetzt gehen wir her. Die Butter ist geschmolzen da drinnen. Das Salz hat sich aufgelöst. Und jetzt machen wir daraus diesen Brandteig. Ich gehe jetzt her und leere ganz garg dieses Mehl rein. Und fange dann das alles zum Rühren an. Das muss dann so richtig teigig werden. Genau so muss das ausschauen am Ende. Und warum heißt das Brandteig? Weil es jetzt da unten am Topfboden leicht das Mehl einbrennt. Ganz leicht. Das bleibt so eine Schicht da unten. Ihr seht es gleich. Man kann die Platte schon abdrehen, dass euch das in keinem Fall zum Anbrenner anfängt. Aber so soll das ausschauen. Man merkt, da unten bildet sich so richtig eine Schicht. Ich hoffe, das sieht man. Ich werde euch das ein bisschen zeigen. Da unten ist so eine richtige Schicht drinnen. Dann ist der Teig gut. Und jetzt vermischen wir das einfach. Das wäre es einmal. Jetzt gehen wir her, stellen das auf die Seite und müssen einfach warten, dass das ein bisschen auskühlt. So, nachdem unser Brandteig nur mehr handwarm ist, können wir jetzt schon das Ei reingeben. Und das Ganze noch einmal gut durchmischen. So, nachdem jetzt genug mit dem Kochlöffel gearbeitet worden ist, mache ich das jetzt mit den Händen. Und dann gehe ich her und tue das alles einmal auf die Tafel rauf. Dafür gehe ich aber vorher und tue mir ein bisschen Mehl ausstreuen und lege das einmal alles auf die Tafel rauf. Und jetzt machen wir einen richtigen Brandteig draus. Den lassen wir jetzt einfach ein bisschen stehen und das ein bisschen entspannter wird. Das dauert fünf bis zehn Minuten. So, nachdem unser Brandteig jetzt doch schon gute zehn Minuten kriegen ist, ist ja ideal. Wie gesagt, wenn man damit Krapferl oder was machen will, muss man natürlich viel dünner machen. Ich mein Fall habe es so als ideal empfunden und so machen wir jetzt die Knödeln. So, weiter geht es jetzt mit den Abteilen. Wir gehen da her und machen so gleich große Stücke. Dann gehe ich her und drücke diese Teigstücke auseinander und gebe ein bisschen eine Fülle. Ihr könnt es jetzt so mit den Fingern ausdrucken. Ihr könnt es jetzt natürlich mit einer Nudelwolke auch auswalken. Jeder, wie er will, ich mache das am liebsten so. Dann gehe ich her und lege ein bisschen eine Fülle rein und mache das dann so zu, dass nichts von der Krammelfülle rauskommt. So. Und am Ende gehe ich her und drücke das ganz fest zusammen. Falls da nur Luft drin ist, kommt es raus. Ganz fest zusammendrucken und eine Kugel draus machen. Am Ende schaut das so aus und die Krammelfülle kann nicht rauskommen. So, das machen wir jetzt so weiter mit allen unseren Krammelfüllen. Krammelfüllen. So, die Krammelfüllen sind jetzt gemacht. Jetzt kommen sie rein ins heiße Wasser. Ich gehe da her, ich habe mir da ein Wasser hergestellt, es kocht ganz leicht. Jetzt gehen wir her, tun wir da ein Salz rein. So ein Löffel wird reichen. Und jetzt werden wir die Knödeln reingeben. Ganz einfach, das soll nicht wie wahnsinnig aufwallen, das Ganze, sondern das soll nur einfach leicht köcheln. Ich habe die Blotten jetzt ein bisschen noch mehr aufgedreht, dass es kurz einmal kocht. Und das Ganze lassen wir jetzt 10 Minuten circa da drinnen ziehen. Deckel können wir raufgeben. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt weiter, machen das Sauerkraut fertig und dann ist es eigentlich eh schon soweit, dass wir essen können. So, unser Sauerkraut ist jetzt schon gute 45 Minuten drinnen. Schaut schon ganz gut aus. Was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt her, nehme die Milch und gebe das Mehl rein und verrühre das einmal, dass sich das Mehl sehr gut vermengt mit der Milch. So, und das gebe ich jetzt alles in das Kraut rein. Und drübe das einmal gut durch. Das seht ihr, das Mehl bindet jetzt super. Dadurch wird das Sauerkraut sehr sämig und schmeckt das sehr gut nachher. So, ja, das schaut super aus. Herrlich. Und jetzt schauen wir uns noch zu den Knödeln rein. Da sieht man auch, die sind auch schon ganz, ganz gut drauf. Dann nehme ich gleich vom Sauerkraut. Und das, ja, das sind auch schon. Ich lasse ihn noch. Auch zwei Minuten lasse ich es noch drinnen. Und dann kann man es rausnehmen. Und wie gesagt, es ist nicht schwer. Es ist nicht viel wie 60. Und es schmeckt wunderbar gut. Ein kleiner Tipp, wenn ihr hingeht und ihr wolltet euch solche Krammelnknädel machen, mit einem Erdäpfeltag, überhaupt kein Problem. Statt am Brandteig macht es einen Erdäpfelteig. Wie man den macht, zeige ich euch in dem Video, wo ich den Erdäpfelknödel mache mit Tomatensoße. Das seht ihr da oben in der Info. Da seht ihr, wie man den Kartoffelteig macht. Geht genauso und schmeckt mindestens genauso gut. Ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir. Vor allem, dass euch so schmeckt wie mir. Alles Gute. Ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir.